hallo da ist der gräber und da ist die fiona und wir spielen weiter kremsen hollo und wir sind dabei gerade bei den wir sind in der zeit zurückgereist zu denen ins internat und haben hinterm vorhang eine geheimtür entdeckt und dann müssen wir den mechanismus jetzt ja ich klicke noch sein und drehen stell das musste wieder her in dem du die scheiben drehst ein drieber nee kannst nur die dringend aha nee anders so sieht die richtige aus der übernimmt das ne nee so ist richtig stehe ich nicht war jetzt nicht irgendwie so der das bringer rätsel nein die haben sich nicht mit gedreht was passiert mit stazi was ist das für ein seltsames gerät das ist ein eigener willen extra hier gerät das ist einfach ein geiler thron das ist das oder nicht war es ist dass ich das nahe naja 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 und angeblich und eine spiele der stein fehlt da sind die stein das war der rucksack was haben wir denn noch haben wir vielleicht ein kamel die objekt hier die lieben muss ja leuchten und die frau da zum beispiel oder hier ist noch irgendwas guck mal und nein wieder irgendwas braun und schnuffelstück und was da drunter im radierkuchen da müssen wir schließt mal da ist ein schloss schluss könnte ich aufbrechen wir brauchen das richtige werkzeug aufbrechen haarnadel klar was sonst oder so ein püppchen dann haben wir ja fast alle ja dann muss man bestimmt noch was finden was wir dann machen sollen da soll man was braun hier hängen überall die kleinen hehehehe das für sich so bewegt die sich aber die andere nicht an der andere kommst du nicht ran ich doch mal auf staats sie ich klicke jetzt mal auf staats und was das denn eigener hier gerät guck mal ort für hypnose steht ja sogar dran ort für hypnose er fehlt aber was ich habe deshalb angekommen ich glaube jetzt mal gleich die püppchen im anderen raum erstmal ein damit wir hier kommen wir ja nichts machen aber ich muss doch so ein ding sein ach das buch in der mitte da unten das ist so eine steampunk lampe das finde ich so toll dass auch das team ist so schön ich mag auch da ist was ich bin wenn ich raus steckt fessi brau etwas so was auch immer wiederholen da macht das mal mit den püppchen mit den zweien draußen in diesem schrank muss ich wichtige sache befinden ja wohl er abgeschlossen ist da da hängen wir erstmal die poppchen auf die durcheinander geratenen puppenteile hier raus geklickt also blauen ärmel das sieht gut aus die ärmel und die blauen haare da oben drauf grün haben wir auch noch die haare ich glaube die arme kommt da weil er auch so einen grünen rand ist ja also das sieht auch besser aus fertig guck mal nicht schon was oben oder ach da ist das teil was wir im anderen raum gerade braucht genau in dem buch werden wir dieses komische teil rein lesen ich habe die aufzeichnung meines vaters verwendet um einen hypnose chip zu kreieren die mädchen werden meine marionetten sein ich habe chip auch verbessert das erinnerungsmodul habe ich entfernt so können sich die marionetten nicht gegen mich richten und werden mir auch das ist auch nicht nett was aber der ein stück schreiber ein kugelschreiber der sie wie die schere mit immer mal die schere das ist gut da kann man was aufschneiden aber ich weiß nicht was ich brauche ein paar leere hypnose chips ich sollte mir erst mal einen alten anschauen und dann können wir nämlich neuen basteln halt war da noch ein puzzlestück du kannst mit der schere an der türe mal fummeln gehen ja da ist der knopf hier für püppi schaltpult bandtüdel drücken jetzt haben wir den alten hypnose chip das ist so ein arduino teil wahrscheinlich jetzt mal die neuen hypnose chip machen erst mal den alten einsetzen ich brauche einen leeren ja dann muss wir es finden was haben wir jetzt alles wir haben immer noch die schere rucksack katze der papi will was dafür stimmt wieder was für uns gibt er jetzt auch eins diese maschine zerstört stacys persönlichkeit ich glaube wir können den vorgang nicht mehr aufhalten aber vielleicht in effekten wir können nichts dran ändern dass sie teil von rosettes plänen ist aber wir können sie immerhin in die gegenwart zurückbringen das machen wir wir können eine möglichkeit wir können nicht noch mehr mit die der der gräfamilie verlieren warum gibt es mir nicht alles auf mal und wenn man so kleck erweite stößt sich ein von zwei wieder da war nix da war nix da war die idee war gut ich wollte ja auch super 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 mäßig toll hier habe ich auch noch gar nicht gesehen steampunk aber das labor tischchen da wo ja ja kann man noch nix machen okay hier geht noch nix haben wir hier irgendwas gekriegt was wir da schon ran tun können aber vielleicht können wir das abschneiden gucken wir nach oben nein guck mal auf dem boden kannst du da draufklicken auf dem boden kann ich draufklicken oder zettel aufheben das sind die aufzeigen wir haben die augenschlüsse für die andere tür und wir haben die bis man die wand kleben nicht wohl das mit unsichtbarer titel geschrieben und ich brauche einen entwickler um sie leben zu können ich bin entwickler trotzdem nicht lesen ich glaube nicht dass ich das hier gebrauchen kann was ist denn das eine anleitung macht aber jeder mit der anleitung zu dem labor tischchen ja gute idee jetzt wir machen erstmal die tür auf okay gleichzeitig wir brauchen ein krönchen und ein zahn mit kralle und ein mädchen nicht so schnell und ein nuckel wo ist ein nuckel und eine schachtel die schachtel sehe ich das ist doch kein nuckel ich sehe die schachtel ich sehe die streichhölzer ja da aber das ist doch kein nuckel hier das ein türklopfer oder so ich habe da unten hingeguckt ja eben und die karte in der mitte ist die maske das ist die der hut die karte ist in der mitte karte und ein höchstchen röschchen röschchen sehe ich nicht da habe ich einfach mal drauf geklickt hammer tor tor hammer wo sehe ich noch nicht aber soll zu finden das ist so ein anhänger der sieht aus wie der hammer des tors genau so was genau das ist es ja dann haben wir hier diese base diese lustige da haben wir so ein pin nasenbohrer so ein nasenbohrer also ein finger ach nein das ist die stecknadel da oben dann haben wir das mädchen genau aber die kralle fehlt noch wenn es denn eine kralle ist ich glaube dass dieses kein hörnchen ach das ist das messer da oben ja nein ok suchen wir mal weiter große blumen oder das knuddelte papier bei der herren in der flasche knuddelpapier knuddelpapier jetzt brauchen wir nur noch dieses teil da das habe ich immer noch nicht gesehen zahn krallen pierce gerät ich sehe es glaube ich ja ich sehe es ganz genau 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 in der mitte du siehst genau wo ich hingucke ja das ist bei uns so ne ja wir sind so eine eine seele seelenverband hört man das jetzt können wir hier einen neuen chip beschreiben wenn wir den stift denn abkriegen würden eine der seiten fehlt ach die hast du ehhh ah änderungsmodul das müssen wir wieder einsetzen auch das wollte ich selber machen das wäre doch ein schönes limmelbildspiel gewesen ja auch spiel so ein spiel so und jetzt tun wir das modul wieder das reintun kann sie sich jedenfalls erinnern später ob es vielleicht nicht egal was und zettel rezept aber das rezept aber das rezept noch mal das einmal nicht geht geht es auch zweimal nicht manchmal machst du das nicht richtig ja das stimmt jetzt haben wir doch erst mal wir brauchen ja das rezept damit wir guck dir das doch erst mal an kann ich nicht wenn ich das nur mit irgendwas benutzen können machen die zettel noch mal auf macht die zettel noch mal auf und jetzt macht die farben drauf ok für die katzen pisse ferkel wieso ferkel das riecht streng aber es funktioniert da kannst du da kannst du hier mit feuer das stimmt mit feuer wird das gehen das habe ich mal gemacht da habe ich die zitrone ausgedruckt und damit geschrieben das konnte man nicht sehen und dann habe ich den zettelchen immer so eine flamme gehalten so so schön langsam aber nicht angucken und dann wurde die zitronensaft mit der ich geschrieben habe wurde sichtbar und dann könnte man das lesen das stadt bestimmt wer das ließ ist doof ich weiß jetzt nicht wohin ich kann nicht in die zeit reisen wir kommen nicht mehr zurück ich weiß nicht was ich jetzt mal so und mit noch was runter würde das bund und da hochgehen kamelien also du musst bestimmt noch was mit dem kiste mit rosen man möchte den stab haben da und den hut den hohen der passte nicht auch noch ein viel schickere mut deshalb jetzt so klein für dich nee 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 was denn geh doch mal mit den streichhölzern dran bin ich doch schon hast du schon ja habe ich schon versucht könnte nochmal zeigen sondern wir geben als wir brauchen die kärze kannst du damit den streichhölzern dran geht noch nicht wie kann ich auch gar nichts machen irgendwie aber das muss doch irgendwie dahin passen stich nicht da ist doch was mit dem richter rezept kann ich einen entwickler herstellen mit tinte zu lesen ich muss wahrscheinlich den zettel genau in diese position die sie sich nicht wusste ich doch ja dies doch lesen verwende den hinweis und die zutaten in der richtigen reihenfolge hinzuzufügen also es geht um die reihenfolge blau tinten entwickler rezept das blau dunkelblau so zwei ist rot und dann kommt dieses cookies dann nehmen wir gelb das war aber schwer ja fertig haben wir einen tippen entwickler dankeschön das schütze und das wird jetzt einfach mal über die seiten stinkt und nach klo so meine version war deutlich angenehmer ja plan in das blöck anwesend einzudringen ok dann gehe ich jetzt mal wieder zu der pinwand ja ich bin nicht so schnell ich bin alle das jetzt wissen los bin die da dran ich bin die zettel daran jetzt kommt mini spiel bereitet die seiten auf dem brett aus findet dann die bilder die verbunden werden können um jedes symbol zu bilden das mal ausbreiten ich packe erst mal dahin wo die hin sollen ja das ist gut da rechts genau das gehört dahin das ist dahinter und das dahin das kommt nach unten und das dahinten hin du kannst die nehmen die musst du jetzt auf die teile draufsetzen auf die du musst die einzelne kreide das sind da oben hin ja kannst du das nicht nehmen ich kann das anwählen wenn ich nicht noch so warte ich brauche das andere teil dazu dass dann mal der den zettel da haben wir hier diese brüste ist ja so aus tut mir leid nichts sieht mehr aus wie ein popo das brauchen wir da so ein schwert mit schwengel dran ihr müsst euch mal das apple logo angucken wenn ihr das nämlich umdreht diesen apfel sieht das aus wie ein arsch der kackt ich schaue da hinten das sehe ich was denn das rechte obere zettel das nein ja dann das da und auf der anderen seite neben dem nein rechts und da ja das war der bau für das schwert das ist da zwischen den ersten beiden zetteln die du schon gemacht hast oben rechts nein das ist es nicht auch das ein teil davon jetzt brauchen wir eine 5 da ist die 5 ob du wieder schnüffeln der klein geschriebene zettel da oben das ist ein schwert und dann braucht man auch so ein glück ich habe diese doppelklinge hier ist das ist das ja genau 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 richtig 4 344 mit schwänzchen und schwänzchen ja also das war richtig aber die 1 nehmen immer die 1 so guck mal da unten in den unten da drunter genau und jetzt das letzte noch das ist das und eins auf dem Kopf fertig ja und mitnehmen treff ist auch fertig passt doch wie arsch auf einer finde die werkzeuge stellt porträt wieder folge rosette aber das machen wir das nächste mal tja 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 Ja, es geht wahnsinnig schnell. Aber es macht Spaß. Ja, macht Spaß. Bis dann. Tschüss.